Die Blades sind aktuell vorne, wir machen weiter mit der zweiten Hälfte. Modric. Am Ball groß. Modric am Ball. Toni Kroos am Ball. Das war Foul, da muss er Freistoß geben. Enorme Distanz, aber das ist für Toni Kroos nichts Ungewöhnliches, nichts Unmögliches. Das war jetzt aber mal eine gute Szene vom Torhüter. Ja, aber leider einer der wenigen bisher heute, das ist nicht sein bestes Spiel. Kolarov. Ball besitzt Ilicic. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Josep Ilicic. Schöner Zweikampf. Mit dem Ball hat er gar keinen. Vorne jetzt die Balleroberung. Josep Ilicic. Da ist die Chance. Jetzt treffen sie, aber sie liegen weiter deutlich zurück. Wir schauen uns das Tor noch mal an und entscheidend ist hier einfach, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Schauen nur zu. Und das rächt sich. 3-1 heißt es also jetzt. Aus dieser Distanz abzuziehen ist vielleicht doch eher zu optimistisch. Ich vermute, dass er sich da ein bisschen überschätzt hat. Nun Kroos. Super Pass von Kroos. Spielt den Ball in den freien Raum. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Ilicic. Ibrahimovic. Abwehr hat aufgepasst. Kroos. Und Suarez. Da ist er alleine durch. Die Riesenchance. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Tja, sind wir ehrlich, da muss er den Treffer machen. Also absolut, da war doch alles offen, alles frei. Das ist ja unerklärlich. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Ballverlust der Groundhawks. Luis Suarez. Oh, da ist er durch. Aufs leere Tor. Da ist das Tor. 4-1 jetzt also. Der Pass kommt nicht an, weil er im Aus einbruch. Weg ist der Ball. Jetzt Suarez. Pass auf die Außenbahn. Gut gemachter auf der Außenbahn. Wenig Platz für Ibrahimovic. Caichon. Elfmeter, ganz klar. Es gibt Strafstoß. Und die gelbe Karte. Diesen Elfmeter lassen sie sich nicht nehmen. Er hat diesen Elfmeter verwandelt, aber wir sehen in der Wiederholung, da war eine Menge Glück im Spiel. Keeper ahnt, dass der Ball in die Mitte kommt, kann ihn aber nicht halten. Muss ihn eigentlich halten. Eriksen mit dem Ballverlust. Super dieses Zuspiel. In der Mitte ist Kroos frei. So, Situation bereinigt. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ball jetzt wieder bei Christian Eriksen. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Fängt den Steilpass ab. Das war wichtig. Zlatan Ibrahimovic. Gut gemacht, gutes Technik. Ball ist jetzt wieder weg. Ibrahimovic zielstrebig Richtung Tor. Na was hält diesen Ball. Das war natürlich eine exzellente Parade. Die brauchen ein Tor. Vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. Die Ecke kommt ins Zentrum. Der Kopfball eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Der Hober, der vordert den Ball. Der Ball ist über der Linie. Der Einwurf. José Caixón. Jetzt Suárez. Toni Kroos. Und damit sind sie am Ball. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Oh, da trifft er die Latte. Alu-Treffer, das war Pech, das war viel Pech. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Und Suárez. Super, Suárez. Das ist der Treffer. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert. Platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Und da setzt er sich gut ein. Ein fantastisches Tor. Mehr als ein Tor für die Ehre wird das wohl nicht gewesen sein. Aber immerhin, es wird ein bisschen persönlicher. Ein unfassbar offensiv geführtes Spiel bis hierhin. Beide Teams treffen fast nach Belieben. Nur die Torhüter können einem ein bisschen leidtun. Der Angriff könnte was werden. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Gefahr erstmal bereinigt. Korea. Klasse Pass. Jose Caixón. Geht hier noch was. Es schien aussichtslos, aber jetzt sind sie bis auf ein Tor dran. Was für eine Schlussphase. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Luis Suárez jetzt. Sie holen sich den Ball. Toller Pass. Boah, gefährlich. Tor! Kurz vor Schluss der Ausgleich. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Am Ende bleibt es hier beim Unentschieden. Enge Geschichte heute. Aus meiner Sicht hatte die Partie auch keinen Sieger verdient. Ein gerechtes Unentschieden. Aber diegado. highこちら ist jeder beim Unentschieden. Das ist ein generations衣. was mein Liebermann. datos haben sie in Deutschland. backs leucht. Vielen Dank.